Und wenn nicht, im Endeffekt, wenn der Televoter so gerührt ist davon, dass die Ukraine zum Songkontest fährt, während die Bomben hageln in der Ukraine und das beeinflusst ihren Geschmack, dann ist es halt so. So funktioniert Musik. Musik ist etwas Emotionales. Die Jury ist da, um die messbaren Fakten auch ein bisschen wiederzuspiegeln, aber die Emotion entscheidet, was das Televoting angeht. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Alle Jahre wieder kommt der Songkontest. Mit jährlich etwa 180 Millionen ZuschauerInnen ist der ESC eine der größten Musikwettbewerbe weltweit und auch eines der größten Fernsehevents der Welt. Seit 1956 findet er jedes Jahr statt, mit nur einer Ausnahme, im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. Ursprünglich hieß es, dass der Songkontest nicht politisch sein darf, aber seit Bestehen kommt es immer wieder zu Aussetzern dieser Regel. Also, Karten auf den Tisch. Wie politisch ist der Songkontest? Ist es überhaupt möglich, unpolitisch zu bleiben? Und worauf müssen wir uns in diesem Jahr einstellen? Stichwort Ukraine. Das alles bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist 2018 selbst für Österreich angetreten und wird mir heute hoffentlich meine Fragen beantworten. Hallo und willkommen, Cäsar Sampson. Hi Anni, danke fürs Einladen. Danke, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du hier zu erzählen hast gleich. Ich bin auch gespannt. Beginnen wir vielleicht gleich einmal mit einer Frage, die ich mich selber sehr, sehr oft schon gestellt habe. Was macht denn den ESC eigentlich aus? Der ESC macht vor allem aus, dass es seiner Art nur den ESC gibt. Es gibt keinen anderen Wettbewerb, der televised ist, der diese Kombination aus Performance-Aspekt und Kompositionswettbewerb ineinander vereint. Das heißt, er steht sowieso allein da als Format, als Konzept. Und dadurch, dass er schon so langjährig ist, gibt es einfach so einen kulturellen Aspekt, dass das schon Teil des europäischen Lebens ist. Also er hat es halt wirklich schon lang überlebt. Das heißt, er hat eine immer größer werdende kulturelle Bedeutung irgendwo. Aber für mich als Musiker ist es vor allem, dass diese Art aufzutreten, international nirgendwo sonst existiert. Und deshalb muss er als einzigartig gesehen werden. Was würdest du denn sagen, ist denn so dieses Erfolgsgeheimnis dahinter? Ich glaube, Europa ist mehr als andere Kontinente geeignet, so etwas auf die Beine zu stellen, weil wir so ein Cluster sind von Kulturen auf eigentlich engen Raum, dass einfach so eine große Vielfalt entsteht. Wenn du sagst, jetzt schickt jeder einen Musikbeitrag in seinen Wettbewerb. Und da können wir wirklich von dieser Vielfalt profitieren. Und ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Jetzt hat ja dieses Event, dieser Wettbewerb einen gewissen Ursprungsgedanken. Was ist denn dieser Ursprungsgedanken? Meines Wissens war das nach dem Krieg eine Art, eine Begegnungszone, eine kulturelle Begegnungszone, die eben den Dialog zwischen den Nationen quasi immer aufrechterhalten soll. Es war Post-War. Das habe ich auf jeden Fall so gelernt. Gut gelernt, gut gelernt. Wie nah ist denn der heutige Song Contest auch noch an diesem Ursprungsgedanken? Was ist so dein Empfinden? Das ist schwierig zu sagen, weil seit dem Entstehen hatten wir keinen Krieg, der jetzt ganz Europa beeinträchtigt hat oder gedroht hat, ganz Europa zu betreffen. Das wird sich immer zeigen. Im Endeffekt werden politische Unruhen und Kriege sowieso nicht von allen Menschen, die in den Ländern sind, ausgefochten. Im Endeffekt ist die Connection zwischen den Menschen eh immer da. Und es sind einfach andere Faktoren, die da über uns gestülpt werden. Ich glaube, grundsätzlich sind wir einander näher als je zuvor. Ich glaube, grundsätzlich auch weltweit gibt es einen viel größeren Austausch, ein viel größeres Bewusstsein, was in anderen Ländern vor sich geht. Und ich glaube, insofern hat auch auf jeden Fall der Song Contest, wenn überhaupt, nur dazugewonnen. Okay. Du hast es schon angesprochen, politische Unruhen. Die Frage, die sich ja wirklich jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue irgendwie gestellt wird, ist ja echt so, wie politisch ist der ESC denn dann in Wirklichkeit? Weil ja, der Grundgedanke war, es soll unpolitisch sein. Dass es aber nicht so ist, wird ja jedes Jahr aufs Neue irgendwie so ein bisschen gezeigt. Wie würdest du das beschreiben? Wie kommst du darauf? Dass es nicht unpolitisch ist. Dass es jedes Jahr aufs Neue... Dieses Jahr ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, weil einfach die Ukraine natürlich bei jedem irgendwie im Kopf ist und da irgendwie natürlich auch jeder daran denkt, was auch sehr gut ist. Es werden ukrainische Flaggen schon gehisst und Russland ist zum Beispiel dieses Jahr nicht dabei. Also das ist, finde ich, schon ein super Beispiel. Wenn man mal in österreichischen Acts irgendwie weiterdenkt, so Conchita 2014 war auch in gewisser Weise, also darüber kann man sich natürlich streiten, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das auch als ein politisches Statement irgendwie gesehen haben, dass sie aufgetreten ist, wie sie aufgetreten ist und so weiter. Wie meinst du, wie sie aufgetreten ist? Als Conchita in Drag? Genau, war es ja bis dahin, also bis dato war das ja beim ESC noch nicht so vorhanden. Doch, gab es schon. Gab die israelische Teilnehmerin, die gewonnen, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall gab es schon. Nur halt nicht mit Bart, das ist der einzige Unterschied. Okay, genau, genau, aber halt so visuell meine ich. Es gab vielleicht sogar schon mehr als einmal, ja. Aber halt so wirklich so ganz visuell irgendwie, wo das ja auch jedes Mal, also es gab ja auch Länder, die das total kritisiert haben und wo dann Österreich auf der einen Seite bei einigen Ländern irgendwie, sage ich jetzt mal, Punkte verloren hat, symbolische Punkte und bei anderen einfach Punkte dazugewonnen hat, symbolisch, weil das einfach für viele Menschen zu dem Zeitpunkt noch irgendwie so ein, hä, was soll das jetzt war? Damit sage ich nicht, dass ich das so sehe, aber so kam das auf jeden Fall noch rüber. Also es sind schon jedes Mal auch irgendwie… Das würde ich halt nicht politisch nennen. Nicht? Okay. Das sind einfach Menschen. Was ist dann für dich? Politisch ist das, wo wirklich in der Politik Dinge, die in der Politik passieren, rüberschwappen in den Wettbewerb. Also zum Beispiel jetzt, was Ukraine angeht, absolut. Aber das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht jedes Jahr gesehen. Die Tatsache, dass gewisse Länder tolerant gegenüber gewissen Interessen sind, kulturell bedingt und andere Länder weniger und das Outrage immer wieder mal gibt wegen dem einen oder anderen, ist einfach Menschen, die aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Ideologien. Aber ich würde das nicht politisch nennen, weil das hat nichts mit dem Auftritt des Landes auf politischer Ebene zu tun. Das heißt, du würdest das eher so ein bisschen limitieren auf, ich sage jetzt mal Geopolitik. Ja, ich würde es kulturell bezeichnen. Also politisch, ich sage das deshalb so, weil das muss man echt differenzieren, weil man hört das so oft. Das ist ein One-Liner. Es gibt in unserer Gesellschaft viele One-Liner. Es gibt auch in anderen Bereichen des Lebens One-Liner. Zum Beispiel der One-Liner, der mir als Musiker sehr bekannt ist, ist, davon kann man leben. Das sind so One-Liner, die jeder gelernt hat. Und ein anderer One-Liner ist, Eurovision ist politisch, aber jeder versteht unter dem Satz was anderes. Die Tatsache, dass sich Balkanländer gegenseitig mehr Punkte geben, sagen die politisch. Ich würde sagen, die stehen auf dieselbe Musik. Das sind die einzigen, die einander wirklich verstehen, weil wir hören meistens Balkanmusik und das ist eine ziemliche kulturelle Kluft dazwischen. Das würde ich persönlich noch nicht als Politik bezeichnen. Ab wann wäre es denn für dich dann etwas, wo du sagst, das ist politisch? Also du hast jetzt vorhin schon gesagt, Ukraine dieses Jahr Beispiel. Was wären denn noch so Beispiele, die dir vielleicht so im Laufe der letzten Jahre auch irgendwie einfallen, wo du sagst, definitiv? Es gibt auf jeden Fall immer diese Freundelwirtschaft. Nur, dass ich nie gefunden habe, also ob jetzt Zypern und Griechenland sich gegenseitig Punkte geben, hat noch nie den Sieger verändert. Das belächelt man und das ist einfach wahr. Inwiefern man das politisch nennen kann, ist auch wieder eine Frage, weil das machen sie einfach jedes Mal, weil sie einfach beste Freunde sind, so auf die Art. Ja, ist schwierig zu sagen. Aber ich würde, wenn jemand sagt, ist eh alles politisch, insofern kann ich nicht zustimmen, weil der Sieger meines Erachtens immer von den Leuten und den Geschmäckern entschieden worden sehen ist. Gibt es denn für dich irgendwelche Symbole, die du vielleicht irgendwie als etwas Politisches dann irgendwie sehen würdest, die zum Beispiel gewisse Flaggen, irgendwas, was man vielleicht irgendwie beim Publikum sieht, vielleicht irgendwie bei den Fans und so weiter? Also vor Ort, wie gesagt, die Atmosphäre beim Song Contest wirkt überhaupt nicht politisch. Es ist die inklusivste, toleranteste Veranstaltung, auf der ich jemals war, also vor allem vor Ort. Ich glaube auch wirklich, da interpretieren die Leute, die zu Hause sitzen und nicht beim Song Contest sind, mehr rein, als tatsächlich dort vorzufinden ist. Um einiges mehr, dort wird das überhaupt nicht von, es wird auch nicht mal von Nationen geprägt. Das ist alles so ein Schmelztiegel und das ist nur Love und Flower Power dort die ganze Zeit. Also ich habe noch nie zum Beispiel Spannungen oder Reibungen zwischen Ländern dort erlebt, sowas gibt es dort nicht. Ich finde es zum Beispiel spannend, weil ja auch, also der ESC ist ja bekannt dafür, dass das einfach auch ein Event ist, was für die LGBTIQ-Plus-Community einfach groß und wichtig ist und wo da einfach sehr, sehr viel auch Präsenz vorhanden ist, wo auch demnach zum Beispiel viele Regenbogenflaggen zum Beispiel zu sehen sind. Wäre das denn etwas, was für dich ein politisches Statement wäre oder eher nicht? Politisch ist es nur dann, wenn es darum geht, das im Gesetz zu verankern und wenn es um ein wirkliches Ansuchen geht, um eine Gesetzesänderung. Grundsätzlich, dass man Causes und Dinge, die einem wichtig sind, in die Musik verpackt, das war immer schon so. Das wird schon an Zensurgrenzen, wenn wir jetzt sagen würden, Musik darf keine Causes und keine Anliegen haben. Das würde ich aber noch nicht betiteln als politisch. Wenn aber daran ein politisches Tagesthema geknüpft ist, was sich auf der politischen Arena abspielt, dann ja. Und wo würdest du dann da so ein bisschen die Grenze setzen? Ja, also ich glaube, die Grenze theoretisch ist eh ganz gut gesetzt, weil wenn in einem Lied direkt eine Referenz auf einen Politiker oder ein politisches Tagesthema gezogen wird, dann ist es eben nicht mehr nur ein Kurs, sondern ein politischer Aufruf. Wenn aber jemand sagt, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und meine Lebensstory hat mich von dort nach dort geführt und jetzt akzeptiere ich mich und ich bin, ich gehört der LGBTQ-Community an, ist das nicht politisch, sondern es ist einfach autobiografisch. Das würde ich noch nicht politisch nennen. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen von diesem Ursprungsgedanken irgendwie sich wegbewegt und so ein bisschen, oder nicht sich wegbewegt, sondern wenn man vielleicht sogar gezielt ein bisschen auf diesen Ursprungsgedanken zurückschaut und da irgendwie so ein bisschen hinblickt, so okay, das sind einfach sehr, sehr viele Länder, um es jetzt mal ganz grob irgendwie runterzubrechen, die in Anführungsstrichen gegeneinander antreten. Das ist ja beim Sport, ist das ja auch so, also das ist ja auch Gang und Gebe. Beim Sport wird da aber auch immer wieder irgendwie gesagt, na jo, das ist aber auch eine gewisse politische Diskussion. Also wenn man zum Beispiel auf die, wenn wir jetzt überlegen, EM 2021 schaut, genau. Fußball. Genau, Fußball EM 2021 schaut, genau. Wo da diese Diskussion war bezüglich Ungarn und da war irgendwie in München wollten sie, da wäre das Spiel Deutschland gegen München gewesen in der Münchner Hauptarena und da wollten sie dann die Arena von außen mit den Regenbogenfarben eben beleuchten, um halt ein Statement zu setzen in Richtung Ungarn. Und das war ja dann ein Riesending, weil das dann wieder nicht erlaubt wurde. Dann sind die Fans irgendwie erst recht mit Regenbogenflaggen gekommen und so weiter und so fort. Da wurde auch wieder ganz oft gesagt, das ist ja ein ganz klares politisches Ding, eine Diskussion, die da keinen Platz findet. Und wie siehst du das? Ja, das ist beim Sport ist das insofern teilweise schwierig, weil zum Beispiel wenn jetzt ein Spiel ausgetragen wird in einem anderen Land, ist das nicht auf neutralem Boden, sondern es hat, du hast, in dem Land herrschen gewisse Sentimente, gewisse Gesetze, die sind oft nicht dieselben Gesetze und Sentimente wie die anderen Länder. Und es kann schon mal sein, dass da politische Inhalte aufeinander krachen, die normalerweise nie aufeinandertreffen würden, weil die normalerweise nicht im selben Bezugssystem existieren. Das war sicher, das war eine politische Reibung, wo ich natürlich auch nicht der Veranstalter sein will, weil im Endeffekt möchtest du nur einen erfolgreichen Wettbewerb auf die Beine stellen. Aber der Punkt, wo ich sage, politisch, also das ist nämlich das, was viele Leute auch meinen, wenn sie politisch sagen, ist, dass eine politische Meinungsbildung auf Seiten der Veranstalter stattfindet, dass politische Erwägungen, politische Interessen dazu beitragen, wer gewinnt und so weiter und so fort. Wo immer Menschen sind, auch politische Ideologien aufeinandertreffen, ist eine Sache, aber die meisten sagen ja politisch, wenn sie irgendeine Form von Foulplay oder ungerechte Beeinflussung des Ergebnisses meinen. Das sind ja wirklich zwei verschiedene Sachen. Du hast vorhin schon, oder wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das für dich eher so eine Differenzierung der Geopolitik auch irgendwie, wenn man zurück zum ISC kommt, dass da einfach so eine Differenzierung auch stattfinden sollte und dass eher so diese Geopolitik einfach ein bisschen eher das ist, was nicht da reingehört. Ist das denn möglich in so einer Situation, wenn so viele Länder und so viele Kulturen auch aufeinandertreffen, dass das auch wirklich ein bisschen runtergeschraubt werden kann? Nicht, dass die Geopolitik, also das, was ich als Geopolitik bezeichne, eben, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich sind und ihre Meinung äußern, weil wir freie Meinungsäußerungen haben und solange es bei der Meinung bleibt, würde ich daran nichts ändern und solange kein Gesetz gebrochen wird. Das müssen wir in Kauf nehmen, dadurch, dass wir Menschen zueinander lassen. Wir müssen halt den Rahmen bieten und vor allem die Impulse setzen, dass Toleranz und Offenheit die vorherrschende Grundstimmung ist. Und beim Song Contest kann ich das wirklich unterstreichen. Wie gesagt, die einzigen Fasern an Hate und Missgunst sehe ich immer nur online von Leuten, die mit dem Song Contest nichts am Hut haben, die sich nur auskotzen da und überhaupt keine Liebe zum Song Contest haben und auch nur so mit einem Auge einschalten. Ja, das finde ich, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das auch irgendwie, ich habe natürlich, bevor ich irgendwie, bevor wir die Folge angefangen haben, habe ich natürlich auch so ein bisschen geschaut, so was schreiben denn die Leute so darüber und das ist wirklich online ist das einfach ein sehr, sehr präsentes Thema, das mit dem, wie politisch ist der ESC. Und da sind sich die Leute auch total einig, dass das ja eh so ist und dass er so nicht sein sollte und dass das ja gegen die Grundstimmung irgendwie, die da eigentlich herrschen sollte, irgendwie auch spricht. Und das finde ich deswegen sehr, sehr spannend. Deswegen wollte ich dieses Thema auch unbedingt aufgreifen. Gerade eben, wenn wir uns anschauen dieses Jahr, ich habe es ja vorhin auch schon, oder wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, der Krieg in der Ukraine wirft schon in gewisser Weise ein bisschen einen Schatten einfach über das Event. Wie soll man denn damit umgehen dieses Jahr? Das kann man niemandem sagen, wie er damit umgehen soll. Ich selber würde den Song Contest gerne einfach so zelebrieren, wie er immer ist. Wir haben sowieso, also wir, die EBU und ganz Europa hat sowieso ein klares Zeichen gesetzt, indem sie einfach sagen, ein sanktioniertes Land kann jetzt nicht den offiziellen Fernsehsender, den staatlichen Fernsehsender hierher schicken. Da gibt es viel zu viel Conflict of Interests und so ein Fernsehsender ist auch nicht unabhängig von der Regierung Russlands. Der Schritt musste, glaube ich, gesetzt werden, so blöd es auch ist. Aber nicht zum Song Contest fahren einmal ist jetzt sicher nicht einer der schlimmsten Dinge, die in dieser Zeit passieren. Also da passieren so viele andere Dinge, die ich lieber zuerst erwähnen würde, als so eine Ungerechtigkeit unter Anführungszeichen. Definitiv. Wenn man jetzt so ein bisschen auch, wenn ich vielleicht auch so bei dieser Online-Kritik bleibe, die ich vorhin schon genannt habe, da kann man schon noch teilweise ein bisschen irgendwie diese Stimmung aufgreifen, dass Leute sagen, ist das nötig, dass man in solchen Situationen jetzt Party macht? So quasi Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei eigentlich, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite herrscht in Europa gerade einfach ein Krieg. Ist das die Zeit, um Party zu machen? Ganz salopp gesagt. Ja, weil wir brauchen Worte der Begegnung. Wir haben eh schon zwei Jahre, wo es absolut notwendig war, alles zurückgedreht. Und es war klar, dass wir irgendwann wieder in irgendeiner Form Veranstaltungen erproben müssen und schauen müssen, ob das vereinbar ist mit dem Status Quo. So weit, so gut. Was ich von den Zahlen national weiß und in ein, zwei anderen Ländern, wo es mir geläufig ist, ist es unter Kontrolle. Also was die Zahlen und die Fluktuation angeht. Insofern finde ich das total in Ordnung, das zu wagen. Wir haben hier auch Realitäten. Also wie gesagt, die Musik und die Veranstaltungsindustrie ist keine Spaßindustrie. Da sind auch finanzielle und ökonomische Realitäten dahinter. Das ist genauso ein Markt wie alle anderen. Und wenn wir den Rest, das restliche öffentliche Leben bestreiten dürfen, dann können wir nicht sagen, dass ja, Musik und Sport, warum denn überhaupt? Aber alles andere ist essentiell. Also da bin ich natürlich sehr dagegen, weil ich finde das genauso essentiell. Ja, du hast jetzt eh auch ein gutes Stichwort irgendwie genannt, nämlich Sport. Das Gleiche wurde ja auch letztes Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft kritisiert, dass die stattfindet. Und wie sie stattgefunden hat, haben auch wieder. Also ich meine, dass immer überall Menschen sind, die Dinge kritisieren, das ist eh klar. Aber ich finde es wichtig, dass man das aufgreift, eben auch aus deiner Sicht, aus der Sicht eines Musikers, der einfach davor in diesen, ich sage jetzt mal, zwei Pandemie-Jahren einfach das auch selber gespürt hat, wie das auch ist und wie das auch irgendwie das Leben irgendwie verändert hat für Berufsgruppen, für die sehr, sehr viele andere Menschen einfach kein Verständnis haben, weil sie sich nicht auskennen. Was wäre denn, sage ich jetzt mal, wenn die Ukraine dieses Jahr gewinnt? Dann hätte sie gewonnen. Das Gute am Song Contest ist, es gibt keine wirklichen Konsequenzen, was den Sieger vom zweiten und dritten trennt. Es ist jetzt nicht so, dass er einen Ein-Millionen-Geld-Topf auf den Sieger wartet, wo jetzt wirklich riesige Unterschiede wären. Wenn ein Ein-Millionen-Geld-Topf warten würde, würde ich sagen, gibt es der Ukraine bitte diesen Preis. Legitim. Aber wenn nicht, dann finde ich, möge ich der Bessere gewinnen. Ich hoffe, dass es der Bessere sein wird. Und wenn nicht, im Endeffekt, wenn der Televoter so gerührt ist davon, dass die Ukraine zum Song Contest fährt, während die Bomben hageln in der Ukraine und das beeinflusst ihren Geschmack, dann ist es halt so. So funktioniert Musik. Musik ist etwas Emotionales. Die Jury ist da, um die messbaren Fakten auch ein bisschen wieder zu spielen, aber die Emotion entscheidet, was das Televoting angeht. Ich finde wichtig natürlich, wenn man über ein Event spricht, was so schön ist und was auch so viel Spaß macht und wo auch eigentlich die meisten Beteiligten irgendwie auch Lebensfreude irgendwie dabei empfinden, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch von so einem ernsten Thema sich ein bisschen wegbewegt, nämlich wie politisch, was ist mit der Ukraine und, 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 Fragen um Fragen und das auch ein bisschen irgendwie ins Schöne sich bewegt. Du hast jetzt schon gesagt, es soll eines Möge der Bessere gewinnen. Wer wird denn deiner Meinung nach gewinnen dieses Jahr? Okay, ich hänge mich aus dem Fenster, weil ich ja selber noch nicht alles gesehen habe. Vor allem die Big Five mit Staging und allem ist noch ein großes Fragezeichen. Trotzdem würde ich unter die Top drei auf jeden Fall Italien trotzdem stellen. Dann habe ich so ein Gefühl, dass Niederlande nochmal einen Unterschied machen kann und, wer könnte da dritter sein? Ja, ich meine, weil ich eben die Realitäten kenne, Ukraine, ja. Was ist denn so für dich? Weil ich glaube, du schaust dir den Song Contest wahrscheinlich ganz anders an als ich. Also wenn ich ihn mir anschaue, dann schaue ich natürlich auch auf die Performance und so, aber da ich mich jetzt mit dem Musikalischen auch nicht so auskenne, kann ich da auch nicht so darauf achten. Was ist denn für dich ausschlaggebend, wenn du ihn schaust? Was ist da für dich wichtig bei einer Performance, beim Musikalischen? Was ist relevant? Also ich glaube, als Musiker hast du einfach den Vorteil, dass du bei einem Mal hinschauen schon viel mehr siehst als der Durchschnittsmensch. Der Durchschnittsmensch würde wahrscheinlich auf dieselben Sachen kommen, aber er müsste es eine Woche lang hören, bis er sagt, hey, eigentlich gefällt mir dir das jetzt, doch nicht mehr so. Und das andere gefällt mir jetzt viel mehr, was mir am Anfang nicht gefallen hat. Ein Musiker ist einfach schneller, weil er Musik anders hört in einer größeren Akutheit. Also ich kann schnell einmal sagen, oh, das singt sie aber gut, das Lied gefällt mir aber nicht. Das Staging ist viel besser als gedacht. Die ganzen Faktoren kommen bei mir in einem Kopf ziemlich schnell als Einzelfaktoren zusammen. Und ich glaube, da sehe ich mehr auf einmal. Vor allem, weil ich das, also ich kenne das, was Staging sein kann, was man mit Staging machen kann beim Song Contest. Ich weiß, dass es so elevaten kann, eine Performance. Und ich kann es gar nicht nicht sehen, wenn ich merke, hier das Staging schadet gerade dem Lied zum Beispiel. Das kann total passieren. Ein unter Anführungszeichen normaler Mensch würde einfach nur sagen, heute habe ich es nicht so gespürt. Ich würde sagen, das Staging hat jetzt gerade alles zerstört und ich sehe einfach, warum man es nicht so spürt. Was spielt denn da irgendwie eine Rolle? Also wie kann man dieses Staging denn ein bisschen aufmischen, aufpolieren? Es ist schwierig. Also es kommt immer auf den Act an. Zum Beispiel, wenn du die Herausforderung hast, eine Band, eine Performance einzufangen, die zum Beispiel vier Sänger hat. Viel schwieriger ist, wenn es nur ein Sänger ist, weil einfach der Focal-Punkt, also der Kern, den musst du irgendwie, du musst einen Weg finden, alle zu featuren, ohne dass du irgendwie den Fokus verlierst. Also jede Performance hat ihre eigenen Herausforderungen. Jetzt bei Österreich zum Beispiel, das Konzept mit DJ und Sänger war auch immer problematisch. Das musst du auch immer sehr gewirft lösen, dass das nicht überflüssig wirkt, dass ein DJ hinter einem Sänger ist. Weil rein vom emotionalen Wumps ist der Sänger alleine, du konzentrierst dich auf den Sänger einfach mehr. Und der ist ja auch derjenige, der gerade singt, live singt. Und dahinter der DJ macht ja eigentlich nichts außer Knöpfe drehen. Und das verwischt ein bisschen so den Fokus. Und beim Songcontest, wo du nur drei Minuten hast, alles muss Effekt haben, alles muss einschlagen. Und deshalb ist das relativ schwierig. Vielleicht so zum Schluss, weil ich das natürlich irgendwie auch sehr, sehr spannend finde, beziehungsweise ich glaube, jeder, der vielleicht mit dem Songcontest noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, findet das wahrscheinlich spannend. Was war denn für dich so das Tollste an diesem Erlebnis dabei zu sein? Und das einfach auch vor Ort irgendwie zu spüren? Jetzt willst du gleich lachen. Ich fand das politisch am besten. Yay! Die Tatsache, dass man irgendwo ein Botschafter ist seines eigenen Landes in der Kommunikation mit anderen Ländern. Du bist wirklich, du bist vom ORF gesandt, bist irgendwie ein Organ deines Staates, du repräsentierst dein Land. Und dieser Gedanke muss nicht immer nur negativ sein, der kann auch schön und interessant sein. Und deine Neugierde, andere Menschen kennenzulernen, kann da wirklich was Nettes entstehen lassen. Und da rede ich wirklich von dem Monat bis zum Finale und all den Funktionen und Partys und Gesellschaften, die du in dieser Zeit besuchst und die ganzen Berührungspunkte mit so vielen Leuten. Das ist das Spannende, finde ich, am Songcontest. Ich finde mit der Aussage, das Politische, das müssen wir jetzt einfach dabei belassen, weil das besser wird es einfach heute nicht mehr. Danke auf jeden Fall für deinen Einblick. Danke auch für deine sehr, sehr spannenden Meinungen auch diesbezüglich und danke, dass du da warst. Immer gerne. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, das ist ein cooler Podcast, den möchte ich gerne unterstützen, weil ich immer was Neues lerne, irgendwie was mitnehme, weil ich gern zuhöre, weil es coole Themen, coole Gäste sind, dann freue ich mich extremst, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst. Also auf allen möglichen Podcast-Plattformen ist das möglich. Google, Apple Podcasts, Spotify, überall sind wir mit dabei. Ich freue mich extrem, wenn ihr da fünf Sterndallen oder irgendwie was hinterlasst und wenn ihr mir was zu sagen habt, dann geht das auf krone.at slash wie gibt's das. Da gibt es ein kleines Forum und da freue ich mich auch über regelmäßige Kommentare und Diskussionen. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen Themen sozusagen habt. Einfach immer reinklicken zur aktuellen Folge oder gerne auch zu älteren Folgen und einfach mitdiskutieren. Ich freue mich drauf. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen.